Musik Ich bin Irgendwom Lennen, eine Klasse 90er Chemistry disturbinig. Hello, my dear students. Today we are going to learn the very first structure of the chemistry and the topic is nature of the matter. We are going to learn the nature of the matter. The matter is the nature of the matter. Anything that occupies space has marked and can be felt by one or more of our senses. We are going to learn the nature of the matter, and we are going to learn the nature of the matter, and we are going to learn the nature of the matter. We are going to learn the nature of the matter. The matter is water, book, pen, even plants, animals, and the matter is not the nature of the matter. The matter is not the nature of the matter. The matter is the nature of the matter. The heat, light, electricity, magnetism, and sound are not considered to be matter. Because they have no mass, nor do they occupy space. We are going to learn the nature of the matter. We are going to learn the nature of the matter. We are going to learn the nature of the matter. When we are ready to learn the nature of the matter we are going to learn about the nature of the matter they are going to be classified in the nature of the matter. Das kann man als Homogenes Metals und Heterogenes Metals. Homogenes Metals und Heterogenes Metals. Homogenes Metals ist das nicht so wichtig. Homogenes Metals haben wir definiert. Metals mit einem Uniform-Kompositions. Das ist die Homogenes Metals. Oder es ist die Solution. Homogenes Metals durch die Hauptschaft mit einem Uniform-Kompositions-Weiß im Gehen geht. Im Gehen geht's Mutď. Im Gehen geht es nach einem Uniform-Kompositions-Linen. Es gibt eine solche Dünge, die wir tun können, wenn man die Dünge und die Dünge ist, die Dünge ist, sich in den Dünge ist, die Dünge ist, die Dünge ist, die Dünge ist. Das ist die Dünge ist. Das heißt, wenn wir die Dünge ist, dass die Dünge ist, die Dünge ist. Zum Beispiel ist das Wasser, Dünge ist, wie der Dünge ist, das Wasser, Zucker. Das heißt, dass wir mit einem Hormogenes Metern haben, dass wir mit einem Hormogenes Metern haben. Nummer 2 ist das Heterogenes Metern. Heterogenes Metern haben wir hier gesagt, Metern mit zwei Ormer-Componenten, mit einem Unlevel-Distributed Alkohol Heterogenes Metern. In dieser Seite, das wird durch die Mitteln die Hormogen ausgesstert. Das ist das Hormogen vor dem Hormogen. So kann man unter dem Hormogen ohne Hormogen das da verschen. Wenn man einen Ruhig sagt, kann man das nicht verhalten. Man kann die Foto von vielen Foto haben. Daher definiert sich die Foto von Orасьfrau. Wenn man einen Ruhig über diese Foto ist, und noch viele Foto auszüfen, Die Hedrosin ist zu討 langer, wenn sie keine Hedrosin ist. Da sie immer geschehen, die diese Hedrosin sichtigen werden. Die Hedrosin ist zu bezüglichen. Die Werteilung ist das Wasser und die Werteilung ist das Wasser. Das ist die Werteilung der Werteilung. Wenn man die Werteilung der Werteilung ist, dann wird man die Werteilung der Werteilung des Werteilung. Deswegen kann man sich einstellen, dass es die Dinge Heroes zu bekommen. Wenn man sich ein Thema um eine Art, wer will, macht man ein bisschen mehr Kontinue. unter dem der wie wir so Kabe von der Krise die ist, das ist, dass die Partei aus der Partik得en werden. Die Partei sind die Partei an der Partei die den Properten aufbieren. Die Politiker der Partei sind sehr, sehr diese auszunehmen. Das heißt, dass die Mikroscope der Mikroscope einen kleinen Bekämpfung ist. Wenn wir mit einem Microscope machen, wenn wir mit einem Microscope machen, dann können wir die Partikale ein bisschen mehr erzeugen. Das heißt, dass man mit einem Microscope mit einem Microscope hat. Das ist ein Microscope, sehr Powerful. Das heißt, Particles of Matter have space between them. Das heißt, Number 2. Das heißt, die Partikel sind die Farbe und die Farbe und die Farbe und die Farbe. Ich habe ein Beispiel gesehen, wie man die Stöhne ist, wenn man die Stöhne hat, wenn man die Stöhne hat, dann ist es so, dass man die Stöhne hat. Wenn man die Stöhne hat, dann ist es so, dass man die Stöhne hat. dass die oder die die fred die 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 Aber wie kann man das eine Einwanderung finden? Wenn die Dinge angeht, die sich nicht an die Einwanderung haben, dann gibt es eine andere Einwanderung. Es gibt unsere Partikel in der winnerung, die die Partikel haben. Da wird die Partikel in dieser Fall geben. Die Partikel werden in der Zagung die es nicht verwendet. Das ist das Problem. Ich frage mich, wenn ich eine Teorie über ein Beispiel Die Particles of matter have space between them. Third Point, Particles of matter are continuously moving. Particles of matter in the case of liquid and gas. Particles of matter in the case of liquid and particles. Particles of matter are mixed up or intermixed. Particles of matter are mixed up. Intermixing of their own with each other. Diffusion. Diffusion is intermixing of particles of two or more different types of matter on their own. It's called diffusion. For example, if we had два or so, we wanted to consume some people. What we can do is can be seen in the bottle. What we can do is have a particle of matter in the bottle. And in the bottle, what we can use in the bottle is. Das ist die nächste Punkt. Die Partikeln der Meta attract sich. Die Partikeln sind die Strukturen. Die Strukturen sind die Strukturen. Die Strukturen sind die Strukturen. dass wir das eine Strukture haben, weil wir die Strukturen unterschiedlich sind. In der Fall, in der Fall des Liquiden, wird das Gas aus der Zingchen herausgefunden werden. Es gibt das Gas aus dem Liquiden. Wenn wir die Strenk-Kanäle verbringen, wird das Gas aus der Zingchen herausgefunden werden. Wenn die Krone der Formen des Partikals oder der Materialien ausgesucht, kann man sich die Formen aus einer Phase von der Materialien in den Formen reistet werden. Die Formen der Materialien werden das Stats des Matters ausgesucht. Die Formen der Materialien ist das Stats des Methoden, die Formen von der Materialien ausgesucht sind, der Formen von der Materialien ausgesucht kann, Wenn man dann kann ich aus einem solid, an der Liquid ein, etwas Gas sein, muss man sich nicht. Iso wie ein Solid, L撮läktig ist die ein Solid. sich mit ihr mit einem Häuschen zu machen, es wird einen Half sajaxhap gegeben, einen High melting point gegeben und zum Beispiel kann man hier nicht sein. ich habe einen Masak, Kamba und einen High melting point gegeben, sind diese Solid characteristics wiederholen. als ich Eiweinschaft von einem Solid, Eisen, Wood, Eisen etc. Das ist das gleiche. Aber das ist das gleiche. Der hat sich möglich. Der hat sich eine Schaffung. Das ist ein N Coordinating-Poink. Wir müssen auch hier die Hierarchie gehen, Sollids have strong force of attraction between the particles and have no space between the particles. Sollids, dass die Particle in die H indiciert werden, dass die Particle in die Hälfte er nicht mehr im Raum ist. Der in die Hälfte ist die Hälfte. Wenn der Diffusion einen hohen, dann wird der High Melting Point, dann wird es ein sehres Malte, wenn man einen Effekt hat, dann wird man einen Effekt, wenn man einen Effekt hat. Wenn man einen Effekt hat, dann wird man einen Effekt hat. Ein Effekt hat sich einfach nur ein Effekt. No safe, rate of diffusion is faster than solid. Solid, die die rate of diffusion fast. Die EGZAMPLE sind die, wenn man kerosene, water oder petrol oder. Diese sind die EGZAMPLE nicht. Die EGZAMPLE sind die, die EGZAMPLE sind die, die EGZAMPLE sind. Die EGZAMPLE sind die, die EGZAMPLE sind die, die EGZAMPLE sind. Soha plants, die EGZAMPLE sind die, die народем ist. A ESTER, eine chiepe, die EGZAMPLE sind die PickleIN Lives. future 베 Rothschild, die 1-2-2-3-3-2-7-3-8-7-9-9-8-9-15n sind. Water vapor, carbon dioxide, oxygen and nitrogen hier sind schon viele G.A.R.A.S. Man kann das eine Base in den shape in der G.A.B.B. in den Erkischen Bereich. Es kann auch eine verschiedenen Menge machen. Man kann jetzt die Reile auf eine Härte wie die Reile von Also. Man kann die die Mitarbeiter nicht wissen. Er ist schon zu wissen, was man will. so weiter so weiter solide sehr, 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 sehr. Wir haben die erste Studie noch, dass wir uns sehr, sehr viele Sachen definiert. Das bedeutet, dass der METER ein sinkt, in der METER, das ist der METER, der METER, der METER, der METER, der Heterogenes und homogenes ist, Vielen Dank. Vielen Dank.